Ich bin als Projektleiter in der Abteilung Technik Neubau beschäftigt und bin dort sozusagen mit der Entwicklung von Wohnbauvorhaben befasst und ich sage einmal, eine der großen Herausforderungen dabei ist es, die Rahmenbedingungen alle unter einen Hut zu kriegen, wie zum Beispiel die derzeit sehr hohen Baukosten, die Nutzerwünsche, die Anforderungen der Wohnbauförderung, aber auch unsere sehr hohen Ansprüche an die Qualität von Wohnbauvorhaben. Die spannendsten Dinge sind sicher die großen, komplexen Quartiersentwicklungen, wobei es da, sage ich einmal, das sehr spannende daran ist, dass wir hier sehr innovative Ansätze verfolgen, sei es jetzt in den Bereichen von Mobilitätskonzepten oder auch Ansätze der Nachhaltigkeit oder des Einsatzes von alternativen Energiesystemen. Neben den sehr angenehmen Nebeneffekten, sage ich einmal, kurzer Arbeitsweg und die Möglichkeit, den einen oder anderen Tag auch von zu Hause aus zu arbeiten und natürlich den Hund mit ins Büro nehmen zu können, ist für mich ganz entscheidend, eben an so großen Quartiersentwicklungen mitwirken zu können, aber auch, sage ich einmal, Teilnahme an Forschungsprojekten, zum Beispiel mit der Niederösterreichischen Bomberforschung, oftmals auch in Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur oder der Universität, der Donau-Universität in Krems. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.